In Russland wird seit der letzten Woche ein Gesetz diskutiert, um Inhalte in sozialen Netzwerken stärker zu kontrollieren. Und dieses Gesetz kopiert nahezu eins zu eins das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das ist für uns eine alarmierende Entwicklung, denn wir haben dieses Gesetz in Deutschland scharf kritisiert. Wir gehen davon aus, dass all diese Gesetze, die jetzt diskutiert werden, ohne große Debatte durch die Duma kommen und dann wahrscheinlich schon Anfang nächsten Jahres in Kraft treten. Die Leute, die dieses Gesetz in die Duma eingebracht haben, beziehen sich in ihrer Begründung ganz ausdrücklich auf die deutsche Vorlage und sagen, schaut mal hin, in Deutschland wurde das sehr gut gelöst und übernehmen die Inhalte nahezu komplett. Also auch in Russland müssen Mitarbeiter sozialer Netzwerke jetzt innerhalb von 24 Stunden, das ist enorm wenig Zeit, kritische Inhalte löschen. Sie müssen den Behörden regelmäßig Bericht erstatten und bei zu Widerhandlungen drohen enorme Strafen von bis zu 50 Millionen Rubeln. Wir haben beobachtet, dass in den letzten sieben bis acht Jahren das Internet in Russland enorm eingeschränkt wurde. Zuvor fanden da sehr, sehr kritische Debatten statt, die aus dem Staatsfernsehen, was ja nahezu ausschließlich Kreml-treue Nachrichten bringt, verdrängt wurden. Und spätestens dann nach den Protesten über Wahlfälschungen 2011, 2012 hat der Kreml eingeschränkt, über was berichtet werden darf. Man darf nicht mehr extremistische Inhalte verbreiten, darf nicht mehr über homosexuelle Propaganda sozusagen berichten. Und all diese Regelungen sind enorm schwammig, sodass damit fast beliebig Seiten blockiert werden können. Für die Bevölkerung in Russland bedeutet das, dass sie noch weniger kritisch im Internet diskutieren können. Und unsere Aufgabe hier ist es jetzt, all die Journalisten in Russland zu unterstützen. Und davon gibt es viele, die nach wie vor sich sehr, sehr gutem investigativem Journalismus verpflichtet fühlen und die ihre Inhalte und ihre Rechercheergebnisse veröffentlichen wollen. Von Russland aus oder auch aus dem Ausland. Diese Journalisten müssen wir unterstützen. Die Zрокime trägt die Zache, die Sie bei der Zache veröffentlichen wollen. Die Zache sind die Zache sind die Zache sind die Zache, die ich schon gerade